Und damit willkommen zurück zu Bravouras Bahn Simulator, so sieht es aus, wenn ich mit dem Zug gefahren bin. Nein, ah gut, Motor gibt schon Katastrophen bei mir. Aber wir sollen ja hier herausfinden, was hier passiert ist und momentan sieht es so aus, als hätten wir da die Leute einfach so erschossen. Und ich glaube, das ist einfach nur Manipulation, dass das nicht so passiert ist von unserem Mörder. Oder wir waren tatsächlich das erste Opfer, aber das glaube ich nicht. Okay, rekonstruieren. Je öfter wir das tun, umso besser wird. Oh, was, nein. Mach doch nicht weiter. Ich finde es bedenklich, dass wir immer hier auf dem Glaus stehen. Wirklich, nochmal? Mal. Hm. Aber warum haben wir dann so extrem hinter ihm, dass wir dann auch noch Zivilopfer getroffen haben, wenn das wirklich so wahr war? Oder hat er irgendwas mit unserer Frau getan, dass wir hier so durchdrehen? Okay, was haben wir hier? Der UV-Lampe benutzen. Das ist eigentlich safe, so wie das Ganze hier hängt. Ja, vermute ich nicht. Was? Das muss schon geil gewesen sein, mit ihm mitzufahren. Okay, UV-Lampe. Okay, aber da hinten waren... Es ist ein Auto hier drin. Warum ist ein Auto hier drin? Lass' mal schauen. Aufheben. Seth Hills. Und da war doch noch irgendwo was. Was? Wo war das andere? Ach, da. Das Suchen. Oh, das ist... Wait. Sind die mit dem Auto in den Zug hier rein, um den zu erwischen? Und hier? Und hier? Und... Okay. Ein Hinweis so per se. Dann fangen wir mal an. Äh, soll ich das jetzt schon sehen? Oh, ja. Ich glaube, ich bin richtig. Ich bin mit dem Boss. Ich werde die Auto in den Zug ernecken. Ich werde die Auto in den Zug ernecken. Und wir werden alle sterben. Entsichere. Du sagst mich als eine Art oder andere. Wer hat dich gesagt? Ich habe dir die Auto in den Zug ernecken. Oh, ja. Ich bin bei dir. Ich bin bei mir nicht. Oh, ja. Ich bin bei Frauen. Wer ist der? Wer ist der? Wer ist der? Er weiß nichts. Er weiß nicht so. Wir haben ein Team von Terrorist. Wir fahren auf die Richtung. Er ist auf der Karte! Geht hier aus! Bist du verrückt? Ich werde ihn schrauben! Warum hast du das gemacht, Rachel? Schau! Ich will Namen! Das war der letzte guten Tag in deinem Leben! Und er hat getroffen. Okay, nicht ganz so wie gedacht. Und dann ist er in den Wagen rein. Nein! 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 Ich bin nicht in da. Oh, das ist Rana. Nein! Ich will nicht in da! Warum nicht? Warum machst du das? Du schraubst dich nach der Karte. Du wirst nicht verstehen. Okay! Komm, 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 komm! Du schrumpst dich aus. Du schrumpst dich zu sein. Ich bin schrumpf dich zu sein. Der Welt ist schrumpf dich zu sehen, auch. Hilf mich. Warum bist du so schwierig für diese patschige Leben? Warum machst du so hart? Warum machst du so nicht Sinn? Scheiße, was macht der? Wir sind cool, und du bist ein Sadist, wenn du mich anschauen kannst, wie ich meine Schmerzen kann. Du musst immer nicht machen. Einmal etwas Gutes ist endlich gekommen zu dir. Warum hast du das gemacht? Warum hast du sie gegen mich gemacht? Ist das das, was du hörst? Meine Schmerzen? Du Scheiße! Okay, komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Alle! Das ist langsam anstrengend. Ich bin nicht so wichtig. Help me! Ich... 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 Ich habe... mehr... Ich bin sorry. Bitte. Steig dir. Ich bin ein Puhren. Du hast es in der ganzen Welt gehalten. Ich fühle mich dein Geist, wenn du wunderschön bist. Ich fühle mich dein Geist, sich stärker zu dem Moment zu werden. Du Scheiße! Du hast du ein lange, lange Zeit gemacht, und du hast alles. James! 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 I've been talking to you for 10 minutes! Give me a sign of life. Get in touch immediately! James! Hello! Whoa! I was so scared. geschafft. Warten auch so. Nein, absolut nicht. Willst du nicht mit dir mal drüber reden, was da gerade passiert ist? Ja, und jetzt soll man dann auch in den Aufstand reingehen und den Körper riechen. Das ist so witzig, weil da ja auch jemand drin ist. Und sie dann hin und ah, das ist einfach nicht menschlich, dass man sich selbst dann verlassen und woanders mal drin ist. Oder dass man die Menschen in dieser Bank da drinnen rumparkt. Hier ist so viel falsch. Ich hoffe, das passiert nie. Weil sie ja an den Kryo-Dingen rumarbeiten, dass die Leute ja theoretisch irgendwann mal in der Zukunft aufwachen. Jetzt nicht ganz das Gleiche, aber naja. Das ist nicht Was ist das eigentlich für ein Movie, jedes Mal beim Autofahren die Tür aufzumachen? Ja, das war's dann mit unserem Auto. Schade eigentlich. Die Scheiße wird immer schlimmer. Ich habe meine Vision, sprich mit mir. Copy. James! Oh, du bist alive. Du okay? Du hast du sehr verletzt? James, du bist okay? Ich glaube so. Ich hatte eine schwerste Lange. Der Polizisten hat mir vorgelegt. Ja, aber gut, gegen uns sollten sie ja nichts machen, weil wir... äh gut, wir sind Bulle. Ich brauche, ob sie das sehen. Nein! Wir sind Zivil unterwegs. Sorry, aber ich glaube, ich bin nicht Distrikt, dann kommt ihr zu mir. Ja. Sorry. Lilly, wie schon bin ich? Und er ist sicherlich, dass sie weiterschauen? Die Menschen nicht auspacken. Sie schlafen sie nicht aus. Sie stehen zu Ende. Sie sind in der Mitte der Reihe. Sie sind her. Sie ist nach zurück, dann ist die ganze Zeit. Sie schwung. Wie schnell ist sie? Sie sind zu, wenn du sie nicht. Ja, eine Frage, was tun wir denn, wenn wir sie gefunden haben? Wir haben jetzt nicht mal ein Auto. Alter, sieht das krass aus. Das Licht ist jetzt gerade ein bisschen schräg. Oder ich habe das Gefühl, die Stimmen sind irgendwie leise und die Hintergrundmusik ist lauter. Ja, cool. Ich sehe mich so surreal, dass hier die Gebäude auch noch so erhoben sind. Wie ist das die Feuerwehr? Okay, dann spielen wir mal ein bisschen Assassin's Creed hier. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Anspielung tatsächlich passt. Naja, das ist immer leider nicht ganz so elegant. Und... Ja, okay. Hm. Was ist, wenn das eine Ablenkung für irgendetwas ist? Dass jetzt alle hier hinschauen, wenn er was anderes machen kann. Was größeres. Das sieht so krass aus. Ich glaube, unsere Kollegen lassen uns hier nicht durch. Oh, das ist ein Schiff. Was ist das? 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 Warte mal. Sie hat sich an die Gerhard Green. Warte mal. Ich muss sie raus. Du hast es gewohnt mit dem Fall? diese ganze Zeit? Nachdem ich dir das zu lassen? Was? Of course you couldn't. You are under arrest. Of course. Damn you. I don't have time for this anyway. Was? Shit. Er ist damit drin. Sonst hätte er jetzt nicht geschossen. Geil. Maximale Korruption. Oh fuck. Ähm. Alter, wie viel Pech kann man haben. Warte mal. Wenn die Aufnahme funktioniert hat, haben wir doch jetzt eigentlich ein Beweisvideo oder nicht? Aber nichts ist das. Wir haben jetzt ne fucking Schusswunde. Fuck. Was geht denn? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ob ich hier richtig gehe? Ob ich nicht auch so rückwärts gehen müsste? Oh shit. Ich hab so das Gefühl, dass man eventuell ein tragisches Ende... was geht. da sie ist. Nicht schregeln! var ein anderes Fight! Ich hab sie mit! Es ist zu nahe! Sie belong dir von mir! Es ist zu nahe! Es ist ein Inkes. Lassen sie es! Er hat sie! Es ist SD-Weiss, den auf der ganzen Kirche des Felden in diesem Welt. Und sie nicht眼 sahen. Sie hat nichts gemacht! Nichts! Wie verdammt ihr diese Körper? Was hat alle kommen? Von den höchsten bis zu den höchsten? Geben? Tess! 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 Die Räume der Massenküren Sie sich gegen die Räume der Räume. Und wer besser zu tun, als Salma? Diese Körper ist nicht Salma, sondern jemanden, die ich überhaupt nicht bemerke mich! Es ist kein Geheimnis? Ich hörte dich immer immer. Du bist der Anführungszeichen, Das ist der falsche Weg. Aber wenn sie nicht der größere Ziel... Ja. Ähm, ich lasse den noch mal schießen. So, näher treten. Ich weiß nicht, wie man das bänden soll, war auch immer bei ihr Sinn. Und er hat auch volle Kontrolle. Äh, haben sie Rachel getötet. Oh, oh nein. Und, ja, scheiße, er macht's dann mit uns wieder. Kämpf, 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 kämpf. Komm, 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 komm. Komm, 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 scheiße. Scheiße. Aber. Scheiße. Komm, 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 komm. Scheiße. Allein, ich mach's mit... Ich mach's mit zwei Fingern. Das ist unmöglich. Nee, das... Das kann's jetzt nicht gewesen sein. Nein. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Fuck, aber hör'n's. Aber er hat jetzt auch wirklich was erreicht. James? I had to stop him. He was taking a joyride in your body. No, please. It's not my body. It's all I have. Why? Frag' mich, ob das jetzt wirklich richtig war. Ich meine, er hat noch gesagt, durch sie hat er halt Zugriff auf alle gehabt. Oder hat er den jetzt auch wirklich damit verloren. Ich glaube, geht's fast. So. 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 Das ist schwierig, sehr schwierig. Nein, aber das kann jetzt... Das ist schwierig, sehr schwierig. Das ist schwierig, sehr schwierig. Ich bin der, ich bin der, ich bin der. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.